Die sich ihr angebotene 4-Zimmer-Mietwohnung ist ab dem 1. Juni 2015 bezugsfrei. Die neuwertige Etagenwohnung befindet sich in Niestetal-Sandershausen. Die Wohnung wurde 2009 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Balkon und einen Parkplatz. Bei einer Wohnfläche von ca. 125 m² beläuft sich die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung auf 1.190 Euro. Wohntraumimmobilien steht Ihnen bei Fragen zur Verfügung. Auf Wiedersehen. 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 Auf Wiedersehen.